Schöner Hack kriegt er jetzt auf der linken Seite von Rohr, der kann den Ball jetzt in die Mitte bringen, Hayer ist da und er macht TOR! TOR! Ich bin stolz auf unsere Fans, dass da 1500 Zuschauer kommen, das ist schon richtig geil. Kurz raus mit Ken Zombie, der lässt liegen auf Leibold, rechts nochmal raus auf Reißflanke, kommt gut auf den zweiten Pfosten, da hüpfen sie rein, Hayer nimmt den Ball an, Hayer zieht ab und TOR! TOR! Auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Stimmung, es hat unfassbar Spaß gemacht hier Fußball zu spielen, deswegen Fans überragend gewesen. Der weiter auf Leibold, guter erster Kontakt, Leibold jetzt mit dem tiefen Schimperl, Richtung Moritz Hayer deckt ihn in die Mitte, auf Robert Glatzel, kommt von den Ausbau! Robert Glatzel wird der Führungstreffer! Ja, mit unseren Fans im Rücken, die heute wieder absolut krank waren, muss man wirklich so sagen. Ich weiß nicht, das bringt den Weihnachten, da reine gute Flakke. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Wir daals vorkombal! Ja, 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 ja. Es war einfach so geil, dann da zu den Fans zu laufen, mit Tom und den anderen zu googeln. Es war einfach geil. Wer sicher aufs Tor kommt, jetzt ist die Ecke von Sonny Kittel, von der linken Seite begrenzt. Ja, ja, ja. Oh no, 1-1. Jawohl. Jetzt sah aus. Tief, Baka. Baka war jetzt noch Baka. Arianna schon im Kraftraum. Ja, ja. Baka! 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 Unglaublich mit den Fans heute, wie die uns nach vorne gepusht haben von der ersten Minute an. Einfach, ja, unbeschreiblich. Großes Fußballfest mit unglaublichen Zuschauern. Wie die Jungs sich reinwerfen und das ist, glaube ich, dann auch ein Spiegelbild dafür, dass uns die Zuschauer so weit nach vorne pushen und so unterstützen. Nichts, nicht bad. Applaus